Hallo Willkommen zu meinem neuen Projekt Super Mario Land oder Wario Land 3 Ok, erst gucken wir mal das Intro an Die Ente sieht irgendwas Boah, ok, sie hat Angst Ok, Wario jagt sie Ja, bei Super Mario Land 2 hat man ja Wario getroffen zum ersten Mal Und beim dritten Teil spielt man Wario Ich weiß nicht wieso Aber wie spielt man ihn? Keine Ahnung und da steht's Wario Land Super Mario Land 3 1993 Nintendo Äh, ok, ich hab bei der ersten bei Pfeil A schon etwas angefangen Um zu gucken wie das ist Äh, ja, ich erst lösche ich mal bei Pfeil A das da Und geh mal da rein Und wir gehen zum ersten Level Zum Race Beach Ok, Kurs Number One Ok, okay, er kann Bodycheck Äh, warte Ok, es geht weiter Ok Münzen, und wieso gucken uns die Blöcke so komisch an? Und der guckt so erschrocken Und Äh, wie war das jetzt bei diesen komischen Teilen hier Achso, man muss sie gegen diese anderen Gegner werfen So, ok Ok, aber man muss das nicht machen Ok Ich hab schon ein paar Verwandlungen von denen gesehen Das ist schon etwas Hardcore Was für Verwandlungen die alle hier haben Äh, ich bin da durch Das geht eigentlich nicht Er ist so fett dafür Aber trotzdem geht es irgendwie in diesem Spiel Ah, da ist schon die erste Verwandlung Das will ich haben Ok, er ist jetzt ein Wikinger Yeah, ein Wikinger Und Ich greife die von hinten an Und du bist weg Äh Ok, die Blöcke gehen dann schneller kaputt Super Und du Verpiss dich Scheiße Meine Zeit Ah, ich hab mich stopp gemacht Scheiße Ok, scheiße Scheiße Mein erster Fail in diesem Video oder was Das geht nicht Das geht einfach nicht Die musst du ganz schnell jetzt machen Ok Ok Scheiße 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 Ach, verpiss dich Du auch Ach, ich will dich nicht Mann Ok Geherzen Aber was bringen mir die Herzen Das weiß ich immer noch nicht Ach, am Ziel Zu Glück Boah, ich dachte ich schaffe es nicht Ok Didit Didit Wikinger Eine Ratte Ok, eine Ratte Aha OMB Merke ich mir Am Anfang wusste ich nicht Was ich da machen musste Und hab Hab's nie geschafft Aber jetzt weiß ich das jetzt Ok Ok Da rein Ähm Jetzt geht's um Glück Bitte Kommt der Geld raus Ja Ja, es kommt Geld raus Super Super Ich geh einfach raus Ich geh raus Ich geh raus Ich geh raus Ich will's nicht riskieren Raus mit dir Dankeschön Ok Ok 46 münzen Kommen zu meinem Konto Er freut sich Du kleiner Fettsack Du geldkiriger Fettsack Die erste Stage haben wir fertig Und jetzt kommt die zweite Number one Number two Ok Äh Wir sind immer noch ein Wikinger Ok Ok Wikinger Power Super Wikinger Power Muschas Ok Da kann auch noch so weit Da kann auch so weit springen Ein super Talent Äh Da rein Ah Ich zeige euch mal was das ist Seht ihr die Drachen da auf dem Kopf Ja Ihr seht richtig Ein Flammenwerfer In diesem Spiel gibt's ein Flammenwerfer Wir sind Monster Killer flammenwerfer der ok den armee gekillt außersehen das wollte ich ja nicht kann ich immer noch okay flammen wir vergehen auch unter wasser super wenn es das funktioniert dann ist es doch klasse und du oktopussy lass mich in ruhe und du stirb stirb und du verpiste ich jetzt geh hoch okay ein safe point was war das dann wieder das mache ich lieber nicht da mir gespeichert super okay okay das spiel spiel ich bleibe ich weiß nichts von diesem level und was danach passiert deswegen freue ich mich auch das zu spielen und du komm her ach wieso treffe ich dich wieso treffe ich dich nicht münzen münzen ach scheiße kann ich da rennen okay da schaue ich mir so ein das war knapp wie ist jetzt gerade gestorben der bastard okay vorher action vorher action habe ich gesagt wo eine münze ja das gab es ja auch noch okay dass er mir das auge schafft und ente ente ja da ist die ente 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 du willst mich ja verarschen oder was okay mr mr t wir haben ist die hier in der gruppe super mit den euro ist die müsste müsste die okay erst wieder größer okay wartet mal okay da gehen wir mal rein und gucken mal bitte 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 ach super super geld ich habe geld bekommen ich bin nicht ein reicher verzagt und raus mit dir oder hier versuchen bitte 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 okay geld auch bekommen super diesmal diesmal rischiere ich jetzt nicht raus mit dir los los raus mit ihr raus super immer schön auf mich gehorchen 74 münzen juhu und zur dritten stage das geht wohl schnell dieses let's play denke ich jetzt mal okay nach diesem level weiß ich echt nicht mehr was sie da machen musste ach so so war das okay ach so treib sand ach diese scheiße war es ja wartet okay es geht weiter scheiße 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 nein nicht scheiße doch scheiße kernherz das hole ich mir nicht abo ich dachte ich komme nicht mehr raus ach du scheiße bestimmt ist da irgendwo irgendwas wir gehen mal da rein vielleicht gibt es irgendwas süßes für uns war ein speicherpunkt okay gespeichert super und raus mit uns ob ich denn jetzt gelandet okay da da man gescheißt auf diese kiste die will ich jetzt auch nicht haben im moment ich will lieber durchkommen mr t ist wieder weg ich hasse diese teile fickt euch doch nochmal aber wenigstens habe ich gespeichert zum glück ach so jetzt muss ich die ganzen weg von vorne machen ach egal schon mehr diese kiste place irgendwas wertflösser drin was uns gebrochen könnten du willst mich jetzt dass mich jetzt richtig verarscht was gibt es unten okay das bringt mir doch gar nichts verdammter mist verarscht mich doch hier nicht hey du willst mich doch hey du willst mich doch hier verarschen fickt dich wartet okay weiter schon zweimal in diesem level gestorben wegen diesen hurensohn okay diesmal wahrscheinlich keine zeit um dieses scheiß teil dazu holen einfach weiter einfach einfach weiter habe ich gesagt und dahin okay so ach so okay und so ja drehe dich um ich werde einen süßen hintern sehen das war knapp okay da gibt es nichts okay und ach so so okay ich muss ganz hoch kämpfen bleib oben okay bis weg okay geschafft das spiel viel viel schwieriger als mario eins und zwei warum wohl leben vielleicht geht nicht okay dann muss ich da rein scheiße so ok geld bekommen super super ok 12 soll ich jetzt weitermachen oder nicht ich gehe weiter nicht weiter nicht weiter 86 super ok die nächste welt ok warte ich muss die aufnahme hier beenden und wir sehen uns im nächsten part tschüss tschüss tschüss